Hey Johannes hier von NewGadgets.de und heute habe ich wieder was Feines für die Ohren für euch und zwar hier von Soundcore bei Anker. Es handelt sich um eines meiner IFA Highlights und zwar die Soundcore Space One Over-Ear Kopfhörer. Und eine Besonderheit dieser Kopfhörer, sie versprechen in einem guten Sound eine tolle Akkulaufzeit und ANC und das Ganze für unter 100 Euro. Und deshalb werden wir uns diese Kopfhörer einmal in diesem Video genauer anschauen. Und wenn ihr euch für Technik interessiert, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir werfen hier zuerst einmal einen Blick auf den Lieferumfang. Neben dem Quickstarter Guide bekommen wir hier auch noch ein USB-A auf USB-C Kabel zum Laden, ein 3,5 mm Audio Kabel, um den Kopfhörer auch kabelgewunden einzusetzen und eine Transporttasche, um den Kopfhörer auch immer vor Kratzern zu schützen. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang, das sollte aber bei den meisten sicherlich zu Hause rumfliegen. Schauen wir uns einmal die technischen Daten an. Im Space One sind 40 mm Treiber installiert und sie unterstützen LDAC und Hi-Res Audio Wireless. Bluetooth 5.3 ist mit an Bord, aber ihr könnt sie auch kabelgebunden nutzen. Es kommt Kunststoff zum Einsatz, deshalb sind sie natürlich auch recht leicht. Die Polster sind schön weich und angenehm am Ohr und sie lassen sich hier anklappen, um sie einfach leichter zu transportieren. Es gibt drei Farben, einmal Nachtschwarz, was ich hier im Test habe, dann ein helles Kaffeelatte und ein schönes Himmelblau. Die Verarbeitung ist gut, aber erwartet jetzt bitte nicht die Haptik eines 300 Euro Kopfhörers. Wir haben hier immerhin noch einen Kopfhörer, der unter 100 Euro kostet und dafür ist er wirklich von der Verarbeitung top, wie ich finde. Die Tasten befinden sich seitlich am Kopfhörer, Lautstärke und Play-Pause rechts, die Anschlüsse, der Ein- und Ausschalter und die ANC-Taste links. Im linken Ohrhörer befindet sich dann auch noch ein Sensor, der erkennt, wenn der Kopfhörer abgenommen wurde. Natürlich könnt ihr die Kopfhörer auch einfach ohne App nutzen, aber mit der Soundcore-App bekommt ihr hier einfach noch ein paar nützliche Features hinzu. Die Einrichtung ist einfach, die Kopfhörer werden sofort erkannt und wie man hier sieht, hat das auch einige Vorteile, denn bei einem vorhandenen Firmware-Update wird man benachrichtigt und kann die Kopfhörer softwaretechnisch auf den neuesten Stand bringen. Im Hauptbildschirm sehen wir den Akkustand und können die Umgebungsgeräusche einstellen. Also entweder die Geräuschunterdrückung, Normal- oder Transparenzmodus. Bei Geräuschunterdrückung und Transparentmodus gibt es auch noch die Möglichkeit, die jeweilige Intensität in fünf Stufen einzustellen, je nachdem, wie man es möchte. Bei Geräuschunterdrückung kann man dann auch noch den adaptiven Modus aktivieren und die Kopfhörer regeln das ANC je nach Umgebungsgeräuschen. SmartChat ist eine nützliche Funktion, die man aktivieren kann, um bei Unterhaltungen in den Transparenzmodus zu schalten. Entweder über eine Berührung des linken Ohrhörers oder sobald man spricht. Hier kann man dann aber nur eine der Optionen aktivieren. Beim Punkt Soundeffekte kann man mit Hier-ID-Klang einen kurzen Hörtest machen, wodurch der Klang an das eigene Gehör angepasst werden kann. Außerdem bietet Soundcore hier eine Vielzahl an Presets an, um den Sound den eigenen Wünschen anzupassen. Mehr Bass, mehr Höhen, angepasst auf Hip-Hop oder lieber für Jazz, kein Problem. Man kann auch seinen eigenen Equalizer einstellen, wenn man genau weiß, was man soundtechnisch möchte. Unter dem Punkt Sicherheit gibt es dann auch noch ein paar Features, um euer Gehör zu schonen. Wie ist jetzt der Sound der Space One? Also ich habe die Kopfhörer jetzt mit unterschiedlichen Songs aus verschiedenen Musikrichtungen getestet und muss sagen, dass ich auf jeden Fall angetan bin von der Soundqualität. Die 40mm Treiber, die haben auf jeden Fall echt Power und decken ein breites Spektrum ab. Von klassischen Stücken über Techno bis hin zu Death Metal, habe ich hier alles gehört und war mit dem Sound sehr zufrieden. Also ich mag basslastige Songs und da können die Kopfhörer auf jeden Fall auch punkten, denn der Bass, der haut so richtig rein, das muss ich euch sagen. Die Höhen kamen auch nicht zu kurz und dank der Presets können wir ja auch den Sound ganz individuell unseren Wünschen und unserer Musikrichtung anpassen. Die Akkulaufzeit kann sich auch sehen lassen. Wir haben hier bis zu 40 Stunden bei aktiviertem ANC und bis zu 55 Stunden, wenn ihr das ANC auslasst. Also wir haben hier wirklich einen richtigen Dauerläufer und da könnt ihr das Netzteil und das Kabel auch einfach mal zu Hause lassen und damit mal kurz auf Reise gehen. Das ist schon eine ordentliche Akkulaufzeit. Und wenn dann doch mal der Saft ausgeht, die Kopfhörer unterstützen schnell laden. Also in 5 Minuten könnt ihr 4 Stunden Laufzeit aufladen. Das ist auf jeden Fall echt klasse. Kommen wir jetzt mal zu meinem Fazit der Soundcore Space One. Ich bin oft im Flugzeug oder im Zug unterwegs und möchte da einfach meine Ruhe haben und deshalb ist mir ANC besonders wichtig. Die meisten Kopfhörer, die ich im Test hatte, die lagen so bei 200, 300 Euro und ich muss sagen, der Space One, der muss sich da auf jeden Fall nicht verstecken und das Ganze eben für unter 100 Euro, also 99,99. Und da muss ich schon sagen, dass ich durchaus begeistert bin, was Soundcore hier an Geräuschunterdrückung bietet. Dazu noch der gute Sound, das bequeme Tragegefühl und die lange Akkulaufzeit. Wer also einen guten Over-Ear-Kopfhörer sucht, der sollte sich den Soundcore Space One auf jeden Fall einmal anschauen. Falls ihr Interesse an den Kopfhörern habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Falls ihr Fragen habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Ciao! Ciao!